Nehmen wir uns heute etwas Zeit, um Gottes Wort anhand der Predigt mit dem Titel, was der Feind getan hat und die Konsequenzen, zu studieren. Schlagen wir das Buch Matthäus Kapitel 13, Vers 24 auf. Matthäus, Kapitel 13, Vers 24 Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, wer hat das getan? Das hat ein Feind getan. Wer ist der Feind? In Vers 39 sagte Jesus, dass der Feind, der das Unkraut sät, der Teufel ist. Jesus erklärt, dass der Teufel der Feind sei, der das Unkraut zwischen den Weizen säte, um die Knechte daran zu hindern, sie voneinander zu unterscheiden. Da sprachen die Knechte. Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel. Warum binden sie es in Bündel? Damit man es verbrenne. Einfach ausgedrückt bedeutet das, dass sie in die Hölle geworfen werden. Wie steht es mit dem Weizen? Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. In diesem Gleichnis, das Jesus uns lehrte. Wer ist derjenige, der das Unkraut zwischen den Weizen gesät hat? Da wir jetzt ein so friedliches und sicheres Leben auf dieser Erde führen, hegen wir keine große Feindseligkeit gegenüber dem Feind, der das Unkraut gesät hat, und reagieren nicht heftig, obwohl er Gesetzlosigkeit verbreitet. Doch wenn wir den Krieg zwischen Israel und Palästina, oder den Krieg zwischen Russland und der Ukraine sehen, in dem so viel Blut vergossen wird und so viele Menschen sterben, empfinden wir Feindseligkeit. Warum tun sie das? Welche Art von Gier lässt sie das tun? Auf die gleiche Weise können wir aus geistlicher Sicht sehen, dass auch Jesus es unerträglich fand, seine Kinder so viel Blut vergießen zu sehen. Damit die Menschheit die Situation leicht verstehen kann, benutzte er das Gleichnis vom Unkraut und lehrte uns, dass der Teufel unser Feind ist, der viele Seelen in den ewigen feurigen Pfuhl fallen lässt. Heute, inmitten all dessen, wünscht sich Gott, dass alle seine geliebten Kinder zieh uns sicher ins Himmelreich zurückkehren. Auf dem Weg, auf dem wir uns treu dem Willen Gottes anpassen können. Sie alle, viele von Ihnen haben vielleicht Kinder. Wenn Ihre Kinder in die Schule gehen, hoffen sie, dass sie sicher nach Hause zurückkehren. Sie machen sich Sorgen, dass ihnen unterwegs etwas Schlimmes zustoßen könnte. Als Eltern ist die Sicherheit ihrer Kinder immer ein Anliegen. Doch wer ist derjenige, der zu geistlich bösen Taten anstiftet? Es ist der Teufel. Gott weiß am besten, was der Teufel tut. Da der Teufel derzeit diese Taten begeht, die letztendlich zum ewigen Gericht führen, sagte Gott, ihr müsst hierauf achten. Fallt nicht in Versuchung. Durch die beständigen Lehren der Bibel gibt uns Gott diese Anweisungen zu unserer Sicherheit. Werfen wir einen Blick auf Vers 36. Sehen wir uns Vers 36 an. Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist. Wer ist der Feind? Der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt, und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähne klappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Es ist wichtig, dass wir wissen, was dieser Feind getan hat. Damit die Kinder sicher von der Schule nach Hause kommen, warnen Eltern ihre Kinder mit den Worten. Auch wenn ein Fremder dich verführt, indem er dir anbietet, dir Süßigkeiten zu kaufen, solltest du ihm auf keinen Fall folgen. Ist es nicht ganz natürlich, dass Eltern ihre Kinder so lehren? Leider gibt es Kinder, die nicht auf ihre Eltern hören. Das liegt daran, dass Süßigkeiten sehr verlockend sind. So verführen böse Menschen die Herzen der Kinder. Das ist genau, was der Teufel tut. Wo ist also, gemäß Offenbarung Kapitel 20, der letztendliche Bestimmungsort Satans? Er wird in den ewigen feurigen Pfuhl geworfen. Die Bibel bezeugt, dass er als Folge seiner Taten unweigerlich mit solch einer Bestrafung konfrontiert sein wird. Es steht geschrieben, dass Satan das Unkraut bereits gesät hat. Was stellt sich als die Wirklichkeit Unkraut heraus? Diejenigen, die Gesetzlosigkeit tun, werden sie sammeln und in den Feuerofen werfen. Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Wenn man diese beiden Punkte vergleicht, was ist letztendlich die Gesetzlosigkeit? Wir können bestätigen, dass die Gesetzlosigkeit die Essenz des Unkrauts ist, das Satan gesät hat. So wurde in dieser Welt Unkraut gesät, das nicht in der Bibel steht, wie Sonntagsgottesdienst, Weihnachten und Kreuzanbetung. Jesus hat uns bereits über das Schicksal des Unkrauts informiert, das in der Kirche und auf dem Feld, das diese Welt repräsentiert, gesät wird. Daher dürfen wir nicht dem falschen Weg mit seinem festgelegten Ende folgen. Wir müssen den Weg der Erlösung wählen und die Weisheit besitzen, das ewige Himmelreich zu erreichen, indem wir der Wahrheit folgen, die von Christus gesät wurde. Lassen Sie uns also den Feind identifizieren, der hier das Unkraut gesät hat. Gehen wir zur Offenbarung, Kapitel 13 über. Werfen wir einen Blick auf das Buch der Offenbarung, Kapitel 13, Vers 2. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie Bärenfüße, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache. Wen repräsentiert der Drache? Es ist der Teufel. In Matthäus Kapitel 13 beschrieb Jesus ihn als den Feind, der das Unkraut gesät hatte, und gab uns die Auslegung, dass der Feind der Teufel ist. Alle beziehen sich auf dasselbe Wesen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Diejenigen, die die Macht und Autorität von dem Drachen erhalten haben, verrichten letztendlich unweigerlich die Arbeit des Teufels. Da sie den Geist des Teufels geerbt haben, können sie nicht anders, als das zu tun, was dem Teufel gefällt. Dann gibt es in der heutigen Welt, die mit dem Acker verglichen wird, diejenigen, die alle möglichen Arten von Unkraut verbreiten. Von wem, kann man sagen, dass sie die Macht erhielten? Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt deutlich, der Drache gab dem Tier seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Somit führt er nun genau das, was er vom Drachen erhalten hat, an allen Menschen dieser Erde aus. Auf der anderen Seite setzt der Weizen genau die Lehren Gottes in die Tat um. Deswegen müssen wir alle zu den Wahlen und den Wächtern dieses Zeitalters werden, die Wahrheit von Lüge zu unterscheiden wissen und die wahre Kirche von falschen Kirchen unterscheiden können. Fahren wir mit Vers 3 fort. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde, das bedeutet, alle auf dieser Erde, wunderte sich über das Tier, Wem folgte sie? Dem Tier. Von wem erhielt das Tier die Macht? Es empfing Macht vom Teufel und die ganze Welt folgte ihm. Sehen wir uns Vers 4 an. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen. Wer ist dem Tier gleich, und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Er behindert Gott und lästert Gottes Volk. Wer tut diese Dinge? Es ist Satan, der Teufel, der in der Bibel als Drache beschrieben wird. Bis zum Ende der Welt wird er weiterhin Gottes Volk quälen, Himmelsmutter stören und die Wahrheit verleumden. Deshalb dürfen wir nur die Lehren befolgen, die uns von Himmelsvater und Himmelsmutter gegeben wurden, und müssen uns darum bemühen, ins ewige Himmelreich zu gehen. Fahren wir mit Vers 6 fort. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle. Was bedeutet alle? Bedeutet das, dass es eine einzige Person geben wird, die ausgelassen wird? Nein. Alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Da sich die Welt nun in dieser Situation befindet, in der überall das Unkraut wuchert, was hat Gott getan? Gott kam auf diese Erde, indem er das Zelt des Fleisches anzog, und er selbst führte und leitete seine Kinder, indem er sie immer wieder daran erinnerte und sie aufklärte, damit sie die kostbare Lehre nicht vergessen. Bleibt in diesem Glauben. Physische Kriege sind beängstigend und grausam, aber geistliche Kriege sind noch verheerender. Die Konsequenzen werden ewig sein, sie werden Schmerz, Angst und Leid erfahren in einer Zeit, die als für immer und ewig beschrieben wird. Aus diesem Grund sind Vater und Mutter auf diese Erde gekommen, haben das Zelt des Fleisches angezogen und verzweifelte Anstrengungen unternommen, um ihre Kinder vor diesen Konsequenzen zu retten. In Offenbarung Kapitel 13 steht geschrieben, und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Auf wessen Seite stehen sie? Sie alle stehen auf der Seite des Tieres. Außer denjenigen, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen, befinden sich alle in diesem Dilemma. Deswegen hat uns Gott das durch Apostel Johannes Kund getan. Aber der Unterschied zwischen dem Volk des Himmels und dem Volk des Teufels ist immer deutlich erkennbar. Der Teufel offenbart immer seinen Charakter, indem er gesetzlos ist und Gottes Gesetze nicht befolgt, wo immer er auch ist. Andererseits respektiert Gottes Volk immer Gottes Ordnungen, Satzungen und Gesetze. Durch seine Lehren werden sie als Bürger des Himmels von Neuem geboren, und ihre Einstellung ändert sich. Ist das nicht die Lehre der Bibel? Gehen wir zu Kapitel 12, Vers 9 über. In Offenbarung Kapitel 13 steht geschrieben, dass der Drache dem Tier seine Kraft und große Macht gab. Lassen Sie uns kurz feststellen, wer dieser Drache ist. Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange. Die alte Schlange ist die Schlange, die Eva im Garten Eden verführte. Die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan, der die ganze Welt. Was macht der Teufel mit der ganzen Welt? Der die ganze Welt verführt. Genau genommen bedeutet, verführen, dass man täuscht. Satan täuscht die ganze Welt. Er verführt die ganze Welt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Am Ende werden sie auf dieser Erde dieselben Taten begehen, die sie im Himmel gegen Gott begangen haben. Und ihr Erkennungsmerkmal ist, dass sie niemals Gottes Satzungen, Gesetzen und Ordnungen gehorchen. Sie befolgen Gottes Gebote nicht. Das ist erstaunlich. Sie sagen, dass sie Gott mit ihren Lippen anbeten, aber sie gehorchen niemals Gottes Geboten. Das ist ihr Merkmal. Wenn Gott also sagt, haltet den Sabbat, dann halten sie stattdessen den Sonntagsgottesdienst. Wenn Gott sagt, haltet das Passa, dann feiern sie Weihnachten. Und wenn Gott sagt, stellt das Kreuz nicht auf, weil es ein Götze ist, dann stellen sie es trotzdem auf. Wer tut all diese Dinge? Diejenigen, die auf die Erde geworfen wurden, planen solche Dinge zu tun. Sie alle, in Matthäus Kapitel 7, brachte Jesus seine Frustration nachdrücklich zum Ausdruck. Was ist ihre wahre Identität? Werfen wir einen Blick auf Matthäus, Kapitel 7. Matthäus, Kapitel 7, Vers 13. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele Sins, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige Sins, die ihn finden. Seht euch vor. Vor wem sollten wir uns vorsehen? Vor den falschen Propheten. Er sagte uns, wir sollten uns vor ihnen vorsehen. Vorsicht vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie. Wer sind sie? Reißende Wölfe. Wie können wir sie dann erkennen? Da sie Schafskleider tragen, denken wir, sie seien Schafe. Deswegen lehrte uns Jesus die Antwort. Sehen wir uns Vers 16 an. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Bibel sagte, dass wir sie an ihren Früchten erkennen können. Wenn wir uns die Frucht ansehen, so wird sofort deutlich, von wem sie Kraft und Lehren erhielten. Wenn jemand sagt, ich halte den Sonntagsgottesdienst, wessen Lehre befolgt er dann? Gemäß der Bibel befolgt er die Lehren von Satan, dem Teufel. Wie steht es mit Weihnachten? Zeigt Gott nicht, dass solche Menschen Anbeter des Sonnengottes sind? Jesus lehrte uns, dass wir an ihren Früchten sofort erkennen können, ob sie wahre oder falsche Propheten sind. Er meinte, wenn man die Frucht sieht, so erkennt man leicht, ob es ein Apfelbaum oder ein Kastanienbaum ist. Wie könnt ihr ihre Identität nicht erkennen, selbst nachdem ihr ihre Früchte gesehen habt? Wegen uns brach ihm das Herz. Satan säte das Unkraut gemäß Satans Absicht und Gott säte den schönen Weizen gemäß Gottes Absicht. Heutzutage existiert Weizen neben dem zahlreichen Unkraut auf dem Acker dieser Welt. Um die Kinder Zions, den Weizen, schnell zu finden, sagte Gott, an ihrer Frucht werdet ihr sie erkennen. Lassen Sie uns die einfachste Methode dafür herausfinden, indem wir zu Vers 21 übergehen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ist der Sabbat nicht der Wille Gottes, den Gott selbst bestimmt hat? Wessen Wille ist der Sonntagsgottesdienst? Der Sonntagsgottesdienst ist nicht der Wille Gottes. Wessen Wille ist es dann? Wie es in Offenbarung Kapitel 13 geschrieben steht, der Drache gab dem Tier seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Die ganze Welt folgte dem Tier. Sie alle, in dieser Situation sollten wir nicht alles akzeptieren, als wären wir zu aufgeschlossen und sagen, Was macht es schon, ob es Sonntag oder Samstag ist? Das ist eine große Täuschung Satans. Satan täuscht die Menschen, indem er ihnen vorgaukelt, sie seien dadurch sehr tolerant und liebevoll. Wir dürfen nur den Lehren Gottes folgen. Die Falschheit, die jetzt Schafskleider trägt, um unsere Seelen zu rauben, legt uns viele irreführende Argumente vor. Sollten wir es jedoch nicht vermeiden, auf die Täuschung des Unkrauts hereinzufallen? Lassen Sie uns zu Vers 22 übergehen. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Sie sagten, Herr, wir haben in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Warum hinterließ Jesus in der Bibel diese Szene, in der er solche Menschen ablehnt und sich von ihnen abwandte, und sagte, dass er sie nie gekannt habe? Hat Jesus so gehandelt, weil es ihm an Liebe mangelte, um diese Menschen anzunehmen und ihnen zu vergeben? Das hier ist ein sehr böser Plan Satans. Sie alle, in geistlichen Angelegenheiten ist es entscheidend, dass wir diesbezüglich Klarheit haben. Wir müssen klar zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden, zwischen dem, was wir tun müssen und dem, was wir nicht tun dürfen, und zwischen dem, was richtig und dem, was falsch ist. Was sagte Jesus? Er sagte deutlich, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Er meinte, ich kann nicht bei euch sein. Wer sehte Gesetzlosigkeit? Gemäß Matthäus Kapitel 13 sind alle Gedanken und Pläne Satans, die von Satan selbst gesät wurden, darin eingebettet. Aus diesem Grund lässt uns Gott wissen, dass alles, was er uns nicht gelehrt hat, nur als Hindernis auf dem Weg dient, der uns zurück ins Himmelreich führt. Manche Leute sagen, was macht es schon, ob der Gottesdienstag der Samstag oder der Sonntag ist? Der Unterschied beträgt nur einen Tag. Das wird ein großes Problem sein. Das ist das Ziel Satans. Satan flößt einen Gedanken ein wie, was macht es schon, ob es Weihnachten oder das Passa ist? Es ist in Ordnung, solange wir Gott anbeten und seiner gedenken. Obwohl das Passa von Gott mit einem bestimmten Zweck eingesetzt wurde, änderte Satan den Geburtstag des Sonnengottes in den Geburtstag Jesu und ließ ihn wie ein großartigeres Fest erscheinen. Aber was verbirgt sich wirklich dahinter? Es ist voller Handlungen der Sonnengottverehrung Sehen wir uns die Konsequenz ihrer Taten an, indem wir zur Offenbarung Kapitel 20 Vers 7 übergehen. Kapitel 20 Vers 7 Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gok und Magok, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzerrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden gequält werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr Ende ist die ewige Hölle. Um die Menschheit an diesen Ort zu führen, verführen sie die Menschen mit weltlichen Freuden und treiben sie in eine Welt voller Schmerz, Pein, Leid, Klagen und Bitterkeit. Was sollten wir also mit Gottes Satzungen, Ordnungen und Gesetzen tun, egal was geschieht? Wir müssen sie unbedingt beachten und einhalten. Werfen wir einen Blick auf das Buch auf das Buch Matthäus, Kapitel 15, Vers 13. Matthäus, Kapitel 15, Vers 13. Aber er antwortete und sprach, alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat. Was wird mit ihnen geschehen? Sie werden ausgerissen. Sie werden niemals zu dem Weizenherr anwachsen können. Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube. Sie alle, es gibt Dinge, welche Gott nicht gepflanzt hat. Dinge, die nicht von Gott stammen, mögen für den Augenblick Glanz und Helligkeit besitzen, aber sie können nicht ewig wehren. Alles muss von Gott kommen. Sprach nicht auch Gamaliel, ein Schriftgelehrter, solche Worte in der Apostelgeschichte? Wenn ihr Vorhaben oder ihr Werk von Gott ist, so könnt ihr sie nicht vernichten. Aber wenn ihr Vorhaben oder ihr Werk von Menschen ist, so wird's untergehen. Sie alle, wir sind Menschen, die sich nach der Ewigkeit sehnen. Beschreiten wir jetzt nicht diesen von Gott gelehrten Weg und sehnen uns nach der Ewigkeit, um das ewige Leben und Glückseligkeit im ewigen Himmelreich zu genießen? Daher ist es entscheidend für uns, richtig zu verstehen, was der Feind getan hat und sicherzustellen, dass wir uns auf keinen Fall beeinflussen lassen oder ihm zustimmen. Die Leute der Welt betrachten sie vielleicht als wertlos. Doch der Sabbat, der Tag des Gottesdienstes, ist der wertvollste Tag für uns. Das Passa ist das wertvollste Fest. Und in unserem Leben ist der Akt, eine sterbende Seele nach der anderen zu retten, von größtem Wert für uns. Diejenigen, die im israelisch-palästinensischen Konflikt blutende und stürzende Menschen schützen, behandeln und retten, werden von der Welt für ihre großartigen Taten hochgelobt, nicht wahr? Wenn wir durch das Predigen jede Seele retten, betrachten uns die Engel im Himmel aus geistlicher Sicht auf die gleiche Weise. Sie sind wirklich wunderbar. Ist das nicht der Grund, warum Gott uns verheißt, dass wir die Herrlichkeit erlangen werden, für immer wie die Sterne im Himmel zu leuchten? Heute müssen sie und ich deutlich verstehen, was der Feind getan hat, indem wir erkennen, dass sie, auch wenn sie in Schafskleidern zu uns kommen, inwendig reißende Wölfe sind, die Gesetzlosigkeit praktizieren. Indem wir uns immer auf die Lehren des neuen Bundes verlassen, die Vater und Mutter uns gegeben haben, einschließlich des Sabbats, des Passats, der sieben Feste in den drei Zeitabschnitten, des neuen Namens und des Namens des neuen Jerusalems, lassen sie uns auf unserem Weg in den Himmel nicht zurückfallen oder der Täuschung Satans erliegen. Lassen sie uns sicherstellen, dass wir alle sicher in unsere ewige himmlische Heimat zurückkehren. Wir müssen uns in dieser Angelegenheit gegenseitig helfen. Wenn sie sehen, wie ihr Freund von Menschen mit bösen Absichten getäuscht wird oder jemand direkt vor ihren Augen in die Irre geführt wird, dann sollten sie sagen, Freund, wach auf! Solltest du nicht vorsichtig sein? Egal wie ansprechend Videospiele auch sein mögen, ist diese Person nicht ein Fremder? Sollten wir nicht auf diese Weise zu denjenigen werden, die sie führen und ihnen die richtige Geisteshaltung vermitteln können? Aus geistlicher Sicht bedeutet es tatsächlich das Predigen. Es steht geschrieben, die ganze Welt staunte über dieses Wunder und folgte dem Tier. Da sie alle dem Weg des Todes folgen, müssen wir sie von dort retten. Solche Leute werden im Reich der Engel als geistliche Helden betrachtet. Sie retteten viele Seelen, brachten viele, die dazu bestimmt waren zu sterben, auf die Seite Gottes zurück und führten sie von der Falschheit zur Wahrheit, von der Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit. Aus diesem Grund gab uns Gott in der Prophezeiung von Daniel eine Verheißung, dass er ihre Herrlichkeit für alle ihre Werke für immer erstrahlen lassen wird. hat er uns diese Verheißung nicht gegeben? Lassen Sie uns heute in dieser Zeit sorgfältig untersuchen, was der Feind getan hat, damit wir alle in unsere himmlische Heimat zurückkehren können, ohne dass jemand zurückfällt. Damit möchte ich die Predigt beenden. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen.